Und jetzt wenden wir uns der Bildung, was wir vom Gehirn her mit Bildung primär verbinden mit der Schule zu. Und dazu möchte ich euch ein kleines Liederl zur Einstimmung noch geben. Und dann gehen wir in die letzte Runde der letzten zwei plus ein Überraschungssprecher. So, und zwar, wie hat jetzt die Zeit in meinem Leben in die Schule gegangen? Ich weiß schon, man merkt es nicht. Und zwar, und ich habe mir mit jetzt mittlerweile 52 Jahren die wunderbare Fähigkeit bewahren können, mich immer noch wie ein Kind zu fühlen. Das habe ich zwar oft schmerzlich als Vorwurf gekriegt, mei, bis du Kind ist schon sehr der Kindskopf und so weiter. Ich bin halt sehr, sehr glücklich, die Empathie eines Kindes nach wie vor zu haben und zu meinem 52-jährigen Gehhaus, Gehäuse, Körper zu stehen. Und wenn man mich so zurückerinnert, von diesen 52 Jahren war ich 26, 25 Jahre in der Schule. Also mit Studium, mit dem Hauptbaustudium, mit der Berufsschule, mit Umschulungen und Zusatzschulungen. Also komme ich auf 24 bis 25 Jahre. Und dann habe ich festgestellt, ja, meine Zeitverschwendung war jetzt wirklich nicht schön, wenn man das sagen wird. Aber ein Großteil war vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber halt nur nicht gar nicht so schlecht. Und wenn ich mal in der Schulzeit reflektiere, dann haben wir noch viel Gaudi gehabt, aber nur mit dem, was wir nicht tun hätten sollten. Und da bin ich wieder bei den Günther Peham von, ich muss Schule zu, ich kann Schule, oder über die ich kann Schule zu, du kannst mich mal Schule. Letzteres am schwierigsten. Macht aber am meisten Spaß. Ja, mein Leben war ganz einfach. Ich hab mich gefreut über alles Neue. Wollt es wissen, wollt es lernen, loset mich. Ich wollt wissen, wie das Leben geht. Und warum es so nah am Himmel steht. Malen, zeichnen, rechnen, loset mich. Loset mich, loset mich, loset mich, loset mich, wie die Bibel. Vielleicht mach ich's auch anders, loset mich. Dann kam das stille Sitzen. Ich muss beim Lernen auf einmal schwitzen. Ist es wirklich menschgerecht? Loset mich. Und das Lernen wurde büffeln. Und für Fleiß gab's auf einmal rüffeln. Das ist nicht, was ich so möcht. Loset mich. Loset mich. Loset mich. Loset mich, wie die Bibel. Loset mich. Womöglich mach ich's besser. Loset mich. Oldes Lehrer war ein Gauri. Weil in jedem Menschen durchsteht ein Genie. Ließe man mich werden. Wir die Bibel. Weil der Intellekt, der in uns steckt, ist die Liebe, die die Welt bedeckt. Lebt ein freies Denken. Loset mich. Loset mich. Loset mich. Loset mich. Die Bibel. Womöglich mach ich's anders. Loset mich. Oh, loset mich. Loset mich. Loset mich. Die Bibel. Die Bibel. Womöglich mach ich's besser. Loset mich. Wir die Bibel. Die Bibel.